Die Polizeiautos in Bayern wurden um ein trauriges Detail ergänzt. An den Antennen sind schwarze Bänder angebracht. Das ist ein sogenannter Trauerflor, der Mitgefühl beim Tod von Menschen zeigen soll. Das kennst du vielleicht vom Fußball. Spieler tragen schwarze Armbänder, wenn es Trauerfälle gab, die ihren Verein oder ganz Deutschland bewegen. Und was bewegt im Moment Bayerns Polizei? Der Tod zweier Polizisten in Rheinland-Pfalz. Sie wurden am Montag bei einer gewöhnlichen Polizeikontrolle eines Autos erschossen. Zwei Tatverdächtige sind gefasst. Die Umstände und Hintergründe der Tat sind noch nicht ganz klar. Traurige Gewissheit ist aber, zwei Kollegen der bayerischen Polizei sind tot. Und ihre Reaktion ist...